Mein Name ist Wolfgang Kürger, ich komme aus Deutschland, und zwar aus der Nähe von Frankfurt, um hier die Delegation zu begleiten von Österreich. Es ist mir ein besonderes Anliegen und auch meine Partnerin, die ebenfalls hier ist, bei den Special Olympics mitzumachen, mitzuhelfen. Und wenn man dann auch diesen Volontär-Virus mal so in sich hat, ist man immer wieder gerne dabei. Allen Spielen, bei denen ich jetzt dabei war, gab es für mich ein persönliches Highlight. Und zwar war das in der Tat in 2014 bei der Leichtathletikmeisterschaft, bei der Nationalen. Und zwar ist da ein Sportler beim sogenannten Standweitsprung zwei Zentimeter weitergesprungen, als sein eigener persönlicher Rekord war. Es ging ein Riesenschrei durch das ganze Stadion. Man wusste erst überhaupt nicht, was passiert ist, bis man dann eben diese Leistungssteigerung von ihm erfahren hat. Und der Sportler ist auf mich zugerannt gekommen, hat mich geherzt, umarmt und abgebusselt. Und da kriegst du Gänsehaut. Und das wirst du auch gedanklich nie mehr wieder los, so eine Geschichte. Mein Name ist Peter und ich habe die ganz große Ehre, hier die Stocksport-Halle zu moderieren. Und ich kann euch nur sagen, es ist so grenzgenial, was hier an Leistungen geboten wird, mit welchem Enthusiasme und welcher Freude die Athletinnen und Athleten hier zu werkegen, ist sensationell. Wir haben unsere Geburtstagskinder, die wir wissen von den Akkreditierungen, die lassen wir immer hochleben. Und ein Highlight gestern war, dass die ganze Halle mitgesungen hat, Happy Birthday to You. Und der war so glücklich über diese Geste, die ihm diese Special Olympics hier entgegengebracht haben, dass er von Freude zur Weinung begonnen hat. Heute geht es ja schon um die goldenen Medaillen. Und die ersten, die ersten zwei haben wir schon vergeben. Das war zweimal Österreich, also da ist immer eine Macht im Stocksport. Und weitergehen soll es auch noch. Morgen gibt es ja auch noch die großartigen Finale und dann kommen wir zu den immer besseren Gruppen. Ich kann nur wirklich alle Zuseherinnen und Zuseher herzlich einladen, kommt zu uns. Die Halle A macht das mit.